Fibromyalgie ist eine Erkrankung, die nicht entzündlich bedingt ist, aber trotzdem zu chronischen Schmerzen führt. Die Patienten, das sind häufiger Frauen als Männer, haben Schlafstörungen und chronische Schmerzen und man findet mithilfe der normalen Medizin keine Ursache, sodass die Patienten eher in die psychosomatische Betreuung gehören. Untertitelung des ZDF für funk, 2017